So und willkommen zum zweiten Part. Es gab kurz einen Cut und wir können gerne das Lied nochmal spielen. Wo ist es denn? Ich meine mit... Ist das das? Mal gucken. Ja, ist es. Hä? Ich habe doch dahin gedrückt. Okay, spielen wir mal Takitaki. Das ist ein sehr schnelles Lied und wir gucken, wie ich da abschneide. Das ist ein sehr schnelles Lied. 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 Aber immerhin ein Stern. Das ist ein sehr schnelles Lied. 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 welche stufen und okay probieren wir das okay das ist lahm wir suchen uns mal ein anderes aus bis gleich so und da wären wir und oben die weiße schrift seht ihr wie das lied heißt ich meine darunter die schwarz schwarz unsichtbare sichtern also die weiße schrift bloß ein bisschen plaster unter die 116 da kristal petz alt das spielen wir jetzt und und Musik 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 Ja Okay, Leute, ähm, das war jetzt, das war's jetzt mit dem zweiten Teil und ich hoffe, die beiden Teile haben euch gefallen Wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil nicht geguckt habt, könnt ihr das ja nicht verstehen Aber ich sag's, ich sage es noch mal in diesem Teil, falls ihr den anderen Teil nicht angucken wollt Mein Hals geht schlecht und ich muss meine Stimme schonen, so Und deswegen setze ich von eine Woche lang, pausiere ich jetzt YouTube Und ab nächste Woche, könnt ihr euch, nächste Woche Montag, könnt ihr euch schon über eine neue Folge und über ein neues Projekt freuen Was das wird, das sag ich jetzt noch nicht, lasst euch überraschen Bis dann, haut rein, ciao, ciao